Hallo und herzlich willkommen bei den Whisky Tales. Mein Name ist André und heute haben wir wieder eine Reihe spannender Fragen und anstatt eines großen Themas am Ende habe ich jetzt mal die 100 Proof Fragen vom Video vom vergangenen Mittwoch reingenommen. Weil ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich kann die jetzt wieder zwei Monate aufbewahren und dann ist das Thema eigentlich schon durch. Deswegen heute, vorher aber noch, erstmal Ankündigung. Anschillfiltert, Chillfiltert, gleicher Stoff. Vergleichstasting kommt demnächst. Endlich habe ich sie und zweimal NuMake, zweimal Erdra Dauer 1, zweimal Unpeated, einmal 48 bis 120 Stunden fermentiert und einmal, was war's, 384 Stunden fermentiert. Wollen wir mal gucken, ob ich da einen Unterschied feststellen kann. Wird dann wieder so ein Dienstags-, Mittwochsvideo irgendwann dazwischen geschoben. Wollen wir mal schauen. Gut, 30-Tage-Challenge erstmal. Whisky als Geschenk bekommen. Ist mir eigentlich egal. Ja, gerne. Also selbst bei den günstigen ist es mir lieber, wenn es denn ein Alkoholgeschenk sein muss, dass das ein Talamudion, selbst ein Queen Margot ist mir lieber als jeder Wodka oder sonst irgendwas. Von daher, immer her damit. Ich hätte vielleicht noch einen günstigen raussuchen können, der mir jetzt so gefällt, wo ich sagen würde, ja, den auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er mittlerweile kostet. Glen Keith Distillery Edition. No Age. Teilweise haben die mir sehr gut gefallen, manche Batches. Wäre vielleicht ein Kandidat dafür. Gut. Weiter mit den normalen Fragen. Musikleidenschaft. Danke für das Video. Also, ja, Musikleidenschaft heißt der User, der Zuschauer. Kannst du verraten, ob 2024 eventuell mal ein Tamna Wulin von Signatory kommt? Meine Lieblingsdestille, die aber brutal unterrepräsentiert ist. Nicht nur bei Signatory, sondern bei allen Marktteilnehmern. Ja, kann ich. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Und wenn, dann ultra teuer, weil was Junges haben wir nicht. Und ich denke, die haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren generell nicht viel abgegeben, weil ich kann mich jetzt auch nicht großartig an Tamna Wulins unabhängig abgeführt erinnern. Kann sein, dass ich falsch liege, aber könnte ein Grund sein, warum das so ist. Sie haben sich ja jetzt auch selber aufgestellt mit der ganzen Core Range mit verschiedenen Finishes und so. Und das kann natürlich, wenn sowas am Horizont ist, das wussten die natürlich auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre vorher. Und dass die dann aus den Zeiten nichts mehr abgegeben haben, wenn sie schon wussten, dass sie eine Core Range machen wollen, macht das ja auch auf jeden Fall Sinn. Lennart Lewandowski, apropos Decanter. Meines Erachtens nach haben sich die doch mit dem Sherry-Adra-Dauer wie geschnitten Brot verkauft. Werde das nicht meine Idee, die neu aufzusetzen? Ich hatte die Frage schon unter dem Video beantwortet, aber mache ich natürlich gerne auch nochmal hier für die Allgemeinheit. Wir ändern unsere Entscheidung eigentlich tagtäglich, manchmal mehrmals die Woche. Kann sein, dass die wiederkommen, aber eigentlich der Ersatz dafür sind diese Adra-Dauer 12 Jahre Car Strength in den normalen Adra-Dauerflaschen. Das ist mehr oder weniger der gleiche Stoff, weil die in den Decantern, ja die waren mal jünger, mal älter. So, aber grundsätzlich ist das der Nachfolger davon und da können wir uns nur freuen, also als Genießer können wir uns da nur freuen, weil es ist deutlich günstiger, weil die Decanter viel teurer sind. Ab und an wird vielleicht nochmal was kommen oder wird definitiv was kommen. Es gab jetzt auch wieder einen Adra-Dauer Bourbon-Decanter, dann mit der schwarzen Tube, die goldene für Bourbon und die rote, ja nennen wir es rote, für Sherry. Die haben wir nicht mehr und die werden wir auch nicht weiter bestellen. Könnt jetzt also weiter in der schwarzen Tube kommen oder halt in der normalen Adra-Dauerflasche. Die Decanter haben wir noch, wir haben nur nicht mehr die mit diesem aufgeätzten Logo. Also da gab es ja welche, wo Adra-Dauer Distillery oder irgendwie so ein kleines Bildchen, das Logo halt aufgeätzt war. Wir haben jetzt noch die Plain-Decanter, die halt ja nichts drauf haben, sondern einfach nur Flasche sind. Ja, wir haben eine neue Bottling-Line bekommen, aber wir hatten davor auch schon eine. Also Signatory hatte immer, was heißt immer, also lange, seit 1990 vermutlich eine eigene Bottling-Line. Also auch die letzten Jahre. Die neue ist jetzt halt nur schneller und die kann jetzt auch mal die Decanter abfüllen, was die alte halt nicht kann. So, Mr. Black Devil 1000. Das ist sehr viel Text, aber ich habe mir ein paar Absätze oder ein paar Sätze rausgeschrieben, die ich dann mal beantworten will. Ging halt um die 100 Proof. Ach, das werden jetzt alles die 100 Proof-Fragen sein schon. Ja, zum Teil, zumindest nicht alle. Er schreibt halt, ja, mir ist es mehr oder weniger egal, ob da jetzt eine Tube bei ist oder nicht. Wozu braucht man bei 100 Euro Flaschen eine Tube? Für ihn, schreibt er, wäre es ausreichend, wenn halt die teureren Flaschen, also die dann über 100 Euro liegen, wenn die dann irgendwas haben. Und da dann auch gerne Holzkiste. Also er ist nicht komplett gegen Verpackung. Ja, dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Also er ist natürlich ein Schutz gegen das Licht, wenn man die länger aufbewahren will. Auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich argumentieren, okay, das ist als Trinkstoff gedacht und wird auch von vielen zumindest so wahrgenommen. Also die Flaschen, die bleiben nicht lange geschlossen, die Flaschen. Ja, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, dass die Leute das Auspackerlebnis tatsächlich haben wollen. Also wir haben ja schon mal diese Feder-Label, Curved Top nennen wir die. Die sind oben halt nicht eckig, sondern rund. Signaturen mit den Federn halt drauf. Die haben wir auch ursprünglich als gut und günstig Abfüllung geplant. Und da war der erste Batch, die ersten Abfüllungen, die wir vor vier Jahren oder so mit Kirsch gemacht haben, die hatten auch keine Tube. Und dann kam von sämtlichen, von vielen Händlern die Rückmeldung. Bitte, warum denn ohne Tube? Wieso das denn? Oh, wie kann man nur? Und bla bla bla. Beim nächsten Mal bitte mit Tube. Ja, dass das dann für den Endverbraucher, weil man dann die Tube oben drauf hat, hat mehr Aufwand für die Arbeit, weil das kann man ja nicht über eine Bottling-Line laufen lassen. Die Tube wird ja gesondert gelabelt. Und dann halt auch noch das zweite Label. Das macht das Ganze halt teuer. Und wenn dann wir die Arbeit berechnen und das Material mehr berechnen, das dann auf den Preis draufkommt, der Importeur da seine Marge auf diese Tube mit Label, mit Arbeit draufschlägt und dann der Händler nochmal und dann noch die Steuer rauskommt, dann sind das gerne mal 5, 6, 7 Euro, die oben drauf kommen. Nur für die Tube. Nur, dass da eine Tube bei ist mit Label. Man mag sich jetzt irgendwie sagen, ja, Fendigartikel und sowas. Ja, an irgendeiner Stelle bestimmt. Für uns aber schon nicht. Definitiv kein Fendigartikel. Und wie gesagt, dann können die ganzen Margen und Steuern und was weiß ich da noch alles mit drauf. Ja, generell, ja, Auspackerlebnis und ja, Sonnenschutz. Gut, dann ein bisschen später. Mich persönlich würde auch interessieren, wie das Fassmanagement hinter so einem Whisky aussieht. Kauft ihr die Fässer direkt von der Brennerei oder von Brokern gemischt? Was passiert mit den besten Fässern der Brennerei? Behalten die alles oder geben die es für höhere Preise an UA ab? Teils, teils, also man kann teilweise Fässer bekommen. Das werden nicht die besten Fässer sein, die sie bekommen, aber halt auch keine schlechten. Wir sehen das zum Beispiel bei Spacehide 18M, bei den Abfüllungen. Da haben wir ja auch Addrinkton-Sherry-Fässer. Und die kommen ja ganz offensichtlich sehr gut an. Also da haben wir den originalen Stoff in den originalen Fässern, wenn man so will. Aber es kommt natürlich drauf an. Es klingt jetzt wieder ketzerisch, ist aber auch halt so. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt nicht ausreichend Sherry-Fässer für alle und nicht für alle Whiskys von allen. Deswegen zum Großteil, wenn wir heutzutage lesen, Vollreifung, bla bla bla. Oder wir schließen einfach daraus, dass nirgendwo Finish steht, dass es eine Vollreifung sein muss. Die Fässer gibt es nicht. So viele Fässer gibt es nicht. Sehr viel von dem, wo wir einfach ausgehen, wo drauf steht Sherry Cask. Und das müssen nicht unabhängige Abfüllungen sein. Das können auch ganz normale Originalabfüllungen sein. Gerade von riesigen Monsterbrennereien. Es gibt nicht die Fässer, dass die alles in Sherry reinlegen können. Da werden, okay, was wollen wir dieses Jahr abfüllen? Oder was wollen wir in drei, vier, fünf Jahren abfüllen? So, und da wird dann drin gefinisht. Für die Fässer, die man in naher Zukunft, nenne ich das jetzt einfach mal, abfüllen will, dafür hat man genug Fässer. Aber man hat nicht genug Fässer, um einfach alles in Sherry zu legen. So viele Fässer gibt es nicht. Wie gesagt, vor allem gerade für die größeren Brennereien. Kleine Klitsche wie Adra Dauer. Wir können das. Und das soll jetzt nicht heißen, ja, Adra Dauer ist toll und alle anderen sind doof. Ein paar andere werden das auch können. Aber, ja, je größer die Brennerei, desto schwieriger wird das auf jeden Fall. Wo waren wir? Behalten die alles oder geben die für höhere Preise nur ab? Was passiert mit den Fässern, die einen Leak haben? Also die lecken. Das ist unterschiedlich. Teilweise wird es gar nicht bemerkt. Ich hatte letzt im Faststark-Forum schon mal irgendwie eine Diskussion. Da habe ich gemutmaßt, wie viel Leckage und wie viel leere Fässer denn gefunden werden. Da habe ich dann irgendwelche Zahlen, die ich mal schätze, rausgehauen. Aber dann habe ich kurze Zeit später noch was von einem Whisky-Broker, offizielle Zahlen, der ein großes Warehouse hat, gefunden. Und die waren dann auf jeden Fall deutlich krasser. Das werden wir uns auf jeden Fall demnächst auch mal anschauen. Ich habe jetzt den Text nicht hier, was meine Zahlen von Faststark.de sind, was ich da gesagt habe, was ungefähr vermutlich ist. Die anderen Zahlen könnte ich jetzt einblenden, aber das machen wir irgendwann zusammen. Wird auch nicht lange dauern. Aber, ja, was passiert mit den Fässern? Darum geht es eigentlich nur. Wie gesagt, viele werden gar nicht gefunden. Oder da wird nicht nachgegangen. Ich war in Warehäusern, da schwimmt es. Also wortwörtlich, nicht Pfütze hier und Pfütze da, schwimmt. Also ein Funken und dann kann das wirklich ungemütlich werden. Viele von den Leckagen findet man nicht. Die liegen gerade in den besonders großen Warehäusern, liegen die halt in diesen Stahl-Rack-Racks. So, und da liegen dann 30 Fässer hintereinander und dann 5, 6, 7 hoch und davon, was weiß ich, wie viele Reihen nebeneinander. Ja, und das tropft dann aus einem Fass aufs nächste, davon aufs nächste, dann darauf, darauf, darauf. Irgendwann unten sind mehr oder weniger alle Fässer nass. Da weiß man jetzt nicht, ob die jetzt lecken oder ob das von oben irgendwo kommt. Man könnte der Sache nachgehen. Meistens ist aber nicht die Zeit und das Personal. Da wird dann, ja, egal, ist dann tough life. Und wir haben auch oft solche Fässer, die wir dann von den Call-Offs kriegen. Das hatte ich, glaube ich, auch in dem Video erzählt. Oder eine, das war vor einer Woche, das Video am Freitag, glaube ich. Da kriegst du wirklich einfach einen Zettel. Wir haben ihr Fass leer gefunden. Bums. So, und den Zettel kriegst du dann nur, damit du das irgendwie, ja, deinem nachweisen kannst, wo das Fass denn geblieben ist. Und teilweise ist es sogar so krass, da steht dann drauf, Reason missing hoop. Also, grundfehlender Hub, fehlender Reifen, wenn man so will. Also, um die Fässer sind ja immer diese Stahlreifen drumherum, um das Fass halt zusammenzuhalten. Ja, fehlender Stahlreifen, wenn man so will. Ja, wir haben das Fass nie gesehen. Also, wenn die da nur Dauben ins Regal legen, einzeln, ja, dann ist das kein Wunder, dass das Fass ausläuft. Aber ist deine Schuld, auch wenn du das Fass nie gesehen, nie angefasst hast, du hast es von denen gekauft, Inhalt in einem Fass. Aber selbst wenn die da halt so ein Reif halt vergessen ranzumachen oder der abfällt oder was weiß ich, ist unser Pech in dem Fall. Auch wenn wir nie was damit zu tun haben. Was passiert mit dem Fässer in der Leak haben? Ja, also erstmal, wie gesagt, findet man eventuell gar nicht. Teilweise ist man einfach zu faul nachzugucken. Teilweise sieht man es, aber ist zu sehr vergraben. Dann ist schwer, ich weiß nicht, hätte ich da schon mal ein Foto eingeblendet. Teilweise haben wir auch Riesenleckage dann bei einem Fass. Ja, ist dann so. Wenn du es gesehen hast, du weißt sowieso nicht mehr, wie viel drin ist. Vielleicht ist es ja schon leer. Und dann das ganze Warehouse umgraben. Gerade dann, jetzt, da musst du erstmal jede Lage abnehmen, damit du irgendwo unten hinten an das Fass rankommst. Und dann ist es sowieso schon leer. Ne, machen viele nicht. Und das kann natürlich auch mit Investmentfässern so passieren. Können wir uns auch angucken, demnächst mal. Habe ich auch schon ein paar Screenshots von mir gesichert. Ja, ansonsten halt natürlich, wenn man es sieht und wenn die einfach zugänglich sind, schnell ins Wedding-Behältnis, schnell dann ins andere Fass und wieder zurück ins Lager. Oder wenn es halt gut ist, man es sowieso gerade im Wedding-Behältnis hat, ja, abfüllen. Das ist natürlich Plan B. Kommt drauf an, was... Also wir haben jetzt, sage ich mal, die Flexibilität, die sowas machen können. Andere, die dann wirklich einen absolut hundertprozentig getakteten Production-Plan haben, also was wann abgefüllt wird, die können nicht einfach mal eben mal was zwischenwerfen. So, vielleicht wird auch aus dem Grund dann halt nicht das Ding ins Wett gekippt und umgefüllt. Dann wird es einfach, ja, ist schade, aber ist so. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das vorkommt. Tauschen UA ihre Fässer oder kaufen die sich gegenseitig die Fässer ab? Für Second Fill. Tauschen unabhängige Abfüller ihre Fässer oder kaufen die sich gegenseitig die Fässer ab für Second Fill? Also unabhängige Abfüller tauschen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage so verstehe. Ich denke mal, da ist irgendein Autokorrekt drin, der das Ganze hier gerade für mich unleserlich macht. Tauschen unabhängige Abfüller ihre Fässer? Ja, zum Teil. Oder kaufen die sich gegenseitig die Fässer ab für Second Fill? Für Second Fill? Die leeren Fässer oder? Also eigentlich wird es alles First Fill benutzt, Second Fill benutzt und dann geht es irgendwo zur Coop Ridge, um die Fässer dann halt loszuwerden. Da kriegst du dann noch einen Apfel und ein Ei für und die können das Holz gebrauchen. Die machen da dann, wenn es jetzt ein Bourbon Barrel ist, machen die daraus ein Hogshead, scharen das nochmal durch und das wäre eine Möglichkeit. Kann aber sein, dass ich das jetzt nicht richtig so verstehe, hier die Frage. Gut, auch würde mich interessieren, wann eine Brennerei, wenn eine Brennerei abbrennen sollte, bekommt dann jeder, der dort gepunktet hat, eine Versicherungssumme. Kommt drauf an, wie die Brennerei versichert ist, beziehungsweise wird das dann aufgeteilt. Das wird vertraglich festgehalten worden sein und wird es wahrscheinlich durch Gesellschaftsform nochmal unterschiedlich und und und. Es wird überall unterschiedlich sein. Auch wenn mal interessant, was für First Fill, Second Fill preislich ein Fass kostet ohne Vorbelegung. Second Fill ohne Vorbelegung? Ich weiß nicht, also Virgin Oak Fass, Virgin Oak Fässer sind tatsächlich teurer als Sherry Fässer oder sonst, oder Weinfässer. Habe ich auch zuerst nicht geglaubt, aber ja, generell, ich weiß nicht genau, was hier gemeint ist, aber wäre auch zu sehr interner. Aber man kann für, man kann für einen Sherry Fass 800 Pfund, 500 Pfund, aber auch 1300 Pfund bezahlen. Wir haben jetzt teilweise oder zum Großteil überwiegend sehr teure und da geht es nicht nur, was ist das für ein Holz, was ist das für ein Sherry und und und. Da geht es teilweise auch, wir haben zum Beispiel bei unserem Lieferanten mit im Vertrag stehen, dass unsere mit dem Sherry erst befüllt werden. Und was soll das jetzt heißen, wenn Fässer gesheasend werden, dann wird der Sherry, den man benutzt, um in die Fässer zu füllen und die zu konditionieren, sage ich jetzt einfach mal. Der wird teilweise mehrmals benutzt und du kannst sagen, okay, hier, ich bezahle ein bisschen mehr und dann kriege ich Fässer, wo der Sherry zum ersten Mal benutzt wurde. Und nicht ein Fass, wo der Sherry aus einem Fass rausgegangen ist, der dann schon sehr viel Holz, Aromen, Tannine und so weiter aufgenommen hat und damit ins nächste Fass gefüllt wird. Ja, gibt es diverse Variablen, gehen wir aber irgendwann nochmal genauer drauf ein. Gut, das ist, das machen wir später, das machen wir später. Das ist ein eigenes Thema, da haben wir noch. Oldie, moin André, alles kann, nichts muss, mach es nach deiner Taktung, nur hetz dich nicht. Deine Arbeit wird wertgeschätzt und du wertschätzt dein Publikum, das spürt man. Gratulation zu dem Kanal, viele Grüße Oldie, viele Grüße zurück. PS, bleibt dir eigentlich noch Zeit für Manchester United? Ja, wir hatten da mal ein Thema im Fass stark, ob wir denn Fußballfans sind, ist jetzt ein bisschen off-topic. Ja, und ich war halt lange Zeit sehr krasser Manchester United Fan, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Fußball und auch mit dem Verein komplett abgeschlossen. Ich bin da einer von denjenigen, die mit solchen Dingen einfach abschließen können. Das soll nicht heißen, dass ich nicht fanatisch dabei war, aber das Team hat sich verändert. Der Trainer war nicht mehr derselbe, die Spielphilosophie war nicht mehr dieselbe, die ehemalige Philosophie, was den Jugendbereich angeht, Jungspieler aufzuziehen und hochzuziehen und zu formen und daraus Weltstars zu machen, das ist verloren gegangen, es war nur noch Kaufen, es war nur noch, ja, es war eine komische zusammengewürfelte Truppe, erreicht mich irgendwie nicht mehr. Aber generell, Fußball, es, ja, bin ich vollkommen raus, vollkommen raus. Und da, das war so eine Sache, das habe ich noch jahrelang geguckt, obwohl ich es eigentlich schon nicht mehr mochte. Aber aus der Gewohnheit, ja, Wochenende, dann und dann spielt Manchester, gucke ich natürlich. Es gibt ja gar nichts anderes, was denn sonst? Man ist halt auch so konditioniert. Irgendwann habe ich mich gefragt, ey, du guckst dir das an, es holt dich überhaupt nicht mehr ab, du regst dich nur noch auf. Lass es einfach bleiben. Boom, von einem auf den anderen Tag, weg. So, und generell jetzt nur noch mit Geld und noch mehr Spieler und noch mehr Wettbewerbe und noch und dies und das und Mentalität teilweise auf dem Spielfeld. Gerade Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Hauptsache hinten Beton, alles dicht, ja. Zehn Abwehrspieler, Hauptsache keinen Kassieren. Jedes Spiel 1-0, 0-1, 1-0, 0-1. Portugal, EM, die haben in der Gruppenphase, haben die, glaube ich, ich glaube, die haben im ganzen Turnier, haben die ein einziges Spiel mit Gruppenphase und Achtel, Viertel, Halb und Finale in allen Spielen, die haben, glaube ich, ein einziges Spiel gewonnen innerhalb der regulären Spielzeit. Alles andere, unentschieden oder verloren oder in der Nachspielzeit oder Elfmeterschießen oder irgendwas, aber die haben nur ein einziges Spiel gewonnen und das holt mich nicht mehr ab, das ist mir zu lahmarschig. Gut, schreibt gerne mal drunter, ob euch auf Topic interessiert, aber, ja, kleiner Exkurs. Peaceful Guns, 93, schreibt auch sehr viel Text, auch hier habe ich mir wieder eine Stelle markiert. Du hast in einem deiner Videos mal erzählt, dass es Fässer gibt, die überhaupt nicht den Erwartungen entsprechen oder sich zum Negativen entwickeln. Wie kann denn das sein? Ihr füllt den gleichen U-Meg in das gleiche Fass und der Geschmack entwickelt sich komplett anders. Das kommt aufgrund vom Holz, aufgrund der Vorbelegung. Irgendwas ist dann da schiefgelaufen. Wir hatten Fässer, die extrem sauer sind. Keine Ahnung, wo das herkommt. Wie ich hatte Fässer, haben wir eine Probe gezogen, habe ich auch im Warehouse probiert. Ich so, ne, irgendwie habe ich es gerade. Geschmacksverirrung, kann nicht sein, was ich hier habe. Sample trotzdem behalten, dann im Warmen nochmal probiert. Es wird eins zu eins, original wie ein Korkschmecker. Original. Ich habe mir schon gedacht, ob die irgendwie, welche Brennerei es auch immer war, ob die ein Sammelfass hatten für zurückgesendete Flaschen, die Korkschmecker waren und das darin gesammelt haben. Ich kann es mir nicht erklären. Und es war auch nicht in der Richtung wie ein Korkschmecker. Es war eins zu eins Korkschmecker. Du kannst seifige Fässer haben. Du kannst beim Sherry extrem saure Fässer haben. Du kannst alles Mögliche, das kommt natürlich nie auf den Markt. Was passiert denn damit? Die lässt man höchstwahrscheinlich liegen bis in die Ewigkeiten. Man sagt immer, ja, könnte man jetzt noch umfüllen und finishen, dann geht das ein bisschen unter oder hier oder da oder in großen Batch rein. So große Batches macht ein kleiner Unabfüller, was heißt ein kleiner Unabfüller, ein Abfüller wie Signatory. Wir haben ja eigentlich Single Casp oder wenn es denn mal ein Batch ist von Signatory. Also das sind Anschillfilter oder solche 100-Proof-Dinger jetzt oder Small Batch. Das sind fünf, sechs, sieben Fässer vielleicht. Punkt. Also da würdest du das immer noch stark rausschmecken. Ich denke mal, wenn du jetzt einen riesen Batch Johnny Walker machst oder ich weiß nicht, wie groß ein Batch Talisca 10 ist. Keine Ahnung. Wenn die mal sowas haben, da eins rein zu, wenn da eins drin ist, dann geht das vielleicht unter. Aber ansonsten, ja, wir fassen es nie wieder an. Weil selbst, ja, dann füllen wir es um, denn es ist ein Sherry. Es wird vielleicht ein bisschen bedeckt, aber du wirst es immer noch schmecken. Und du hast keine Lust, dir das dann irgendwie zu markieren und dann verpenst du das oder übersiehst das hinterher doch. Oder bist du halt mit einem Kunden und gehst, ja, das Fass will ich mal probieren. Das lässt du liegen oder das packst du irgendwo weg. Da wartest du einfach bis das alles. Das ist zumindest meine Erfahrung. Es könnte, ja, was könnte es noch sein? Es könnte seifig sein. Oder dass der Inhalt vorher seifig war. Wir haben einen Glen Turret, extrem seifig, so wie er gerade aber früher war. Und, ja, viele Sachen. Ich denke mal, vieles kommt vom Holz. Ich denke mal, auch diese corkige Note kam vom Holz. Aber da gibt es viele Sachen. Und viel davon habe ich wahrscheinlich noch nicht mal kennengelernt. Kommt erst mit der Zeit. Ja. Wie geht es weiter? Habt ihr ein Visitor Center? Ja, haben wir. Ist aber auch geschlossen. Das ist auch immer noch von Peaceful Guns. Er ist im Juni zwei Tage in Petlochie. Daher die Frage. Ja, wir haben Visitor Center. Wir haben einen Shop. Wir haben einen Café. Wir haben, ja, alles, was das Herz begehrt. Aber es ist leider alles geschlossen. Also, ja, was heißt, es lohnt sich nicht herzukommen? Es lohnt sich herzukommen. Man kann auf das Brennerei-Gelände gucken. Man kann die Brennerei sehen. Man kann den schönen Bach sehen. Und alles, was dazu gehört. Aber, ja, man kommt halt nicht aufs Gelände rauf. Also, wenn man sowieso auf der A9 in die Space-Side oder so fährt, in Petlochie kurz abfahren, wenn man abfährt, da kommt man zwangsläufig an Bersel vorbei. Und wenn man dann schon abgefahren ist, dann kann man auch eben noch die fünf Minuten so, etwa hochfahren, mal eben über den Zaun gucken, Foto machen. Was weiß ich. Und dann weiterfahren. Also hat man keine Zeit verloren und lohnt sich. Bei Bersel ist auch ein Visitor-Center. Und sie haben wahrscheinlich immer noch Kleinlicht der Stellas Edition für einen brauchbaren Preis da. Gut. Manfred Demmer. Hallo, André. Vielen Dank für die tolle Einschätzung. Mir reicht eine Altersangabe. Ich brauche keine Fassnummer und so weiter. Ich denke mal, das war auch 100 Proof. Klingt zumindest danach. Der Whisky muss schmecken. Außerdem bin ich für euch der beste Kunde, habe nur Signatorie und Ballerin im Depot. Es grüßt euch herzlich, Manni aus dem Westerwald. Bester Mann. Ja, nee. Wir haben für die Nächsten, also jetzt nicht die, die jetzt gerade gekommen sind, sondern für die Nächsten, damit tatsächlich auch die Flaschennummerierung runtergenommen. A, weil es vermehrt Fragen gab oder ja, was soll das und so weiter. Ja, zweitens, weil wir dann mehr Platz haben, um die Fässer genauer zu beschreiben. Ich habe ja auch schon gesagt, irgendwie finde ich es gut, wenn es draufsteht. Ja, Flaschenummer so und so, weil das macht die Flasche, die Abfüllung, irgendwie ein bisschen individueller, ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ein bisschen spezieller noch, wenn eine Flaschennummer drauf ist. So, aber auch auf der anderen Seite, ja, ich habe jetzt Flasche 358. Ja, von wie viel? So, also die Info bringt nicht viel, ich weiß. So, aber, ja, hat es halt irgendwie ein bisschen spezieller gemacht. Aus meiner Sicht wird demnächst fehlen. André Trenner. Du sagtest schon mehrfach, dass Balechin nicht so gut geht wie Edrodauer. Warum gibt es keine Balechins von Signatory? Die damaligen Abfüllungen in der Small-Bitch-Edition waren sehr lecker. Ja, es gab in der Small-Bitch-Edition, es gab auch welche mit dem Feder-Label zum Beispiel. Also hier und da gab es mal einen Balechin von Signatory. Was heißt nicht so gut geht? Die Marke gibt es halt nicht so lange wie Edrodauer. Also Edrodauer, eine Marke, die es seit 200 Jahren gibt, die ist dann geläufiger. Balechin, da werden viele, die jetzt nicht so tief im Thema drin sind wie wir, erst mal sagen, okay, was ist das denn? Ist das eine Brennerei? Kenne ich gar nicht. Ist das überhaupt jetzt, warum ist das einfach nur eine Marke? Und da ist eigentlich, was weiß ich, rauchiger Benriach drin oder irgendwas. Wenn man es dann genauer anguckt, dann wird man schon herausfinden, dass es Edrodauer ist, rauchige Edrodauer ist. Aber ja, aufgrund des Alters der Marke halt nicht so beliebt wie der Edrodauer, den es halt generell schon länger gibt. Aktuell ist generell unsicher, wie es weitergeht. Ich habe letztens schon mal angespoilert, angeteasert, dass ich das ja eine ganze Zeit lang kein Balechin gebrannt wurde und ich nicht wüsste, wo da genau der Punkt liegt, an dem die große Pause dann kommt. Und ich musste feststellen, es sind nicht nur anderthalb Jahre, wo es nicht gebrannt wurde, es sind fast vier Jahre, wo es wo nicht gebrannt wurde. Und das ist 2015, wurde noch im Januar und Februar gebrannt. Also haben wir mehr oder weniger noch genau ein Jahr und dann in einem Jahr füllen wir 10-jährigen Balechin-Standard normalerweise ganz normal ab. Alles, was danach kommt, also wenn wir jetzt genau ein Jahr vorspringen und dann schon Ende März haben, dann ist der Balechin 10 Jahre alt und zwei Monate oder drei Monate oder beziehungsweise je nachdem, wie weit es dann geht. Und wie gesagt, Februar 2015 wurde vorerst das letzte Mal Balechin gebrannt. Und dann je nachdem. Es kann jetzt verschiedene Möglichkeiten geben. Also erstens mal 2015, Januar, Februar wurde noch gebrannt. Rest 2015, nichts. 2016, nichts. 2017, nichts. 2018, November und Dezember. Dann auch nicht Bourbon Barrels, was der große Anteil ist. Also Balechin 10 ist eine Mischung aus Bourbon und Cherry, aber größtenteils first for Bourbon. Dann geht es mit Cherry weiter und auch die nächsten Jahre geht es dann mit Cherry und Madeira, Marcella und hast du nicht gesehen weiter. Also, da wurden fast keine Bourbon Barrels mehr abgefüllt. Das heißt, wir haben quasi ein vier Jahre Gap und dann haben wir keine Bourbon Barrels. Das heißt, über diese vier Jahre, was da passiert, weiß ich nicht. Das werden wir in einem Jahr sehen. Ich gehe davon aus, dass der Balechin dann einfach overaged wird. Was soll das heißen? Wir haben das ganz normale Etikett, zehn Jahre, die ganz normale Tube, zehn Jahre. Dann ist der Stoff irgendwann zehn, eineinhalb, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir nehmen den Balechin 10 einfach vom Markt und nehmen irgendwie ein anderes Label, wo wir dann einfach immer dann halt je nachdem, elf Jahre, zwölf Jahre, dreizehn Jahre draufschreiben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ein super neues Design und Tube und alles jedes Jahr wieder neu erfinden werden. Also, was ich jetzt schätzen würde, ist, dass es Balechin 10 eine ganze Zeit lang gibt, was dann overaged wird. Irgendwann springen wir vermutlich, also würde ich es machen, dann auf zwölf Jahre und haben das eine Weile und danach wird der Balechin dann komplett geändert. Weil dann hat man wieder zehnjährige Fässer irgendwann, vier Jahre später und dann wird er aber deutlich scherrilastiger sein, muss der. Wollen wir mal gucken. Gut. Jetzt habe ich mir noch von dem Video vom vergangenen Mittwoch die Fragen aufgeschrieben und die möchte ich jetzt mal ein bisschen, ja, also das war jetzt alles 100-proof, möchte ich die mal ein bisschen schneller durchgehen, weil es sind tatsächlich ziemlich viele Fragen. Whisky Art fragt, du hattest gesagt, dass ihr das Wasser zum Verdünnhalt benutzt. Für die 100-proof muss ja teilweise auf 57,1 runterverdünnt werden. Woher kommt dieses Wasser? Das ist genau das gleiche Wasser, was wir für Etradauer für die Produktion benutzen. Also, das ist aus dem Bach, der hier kommt. Ich kann es nur mal wiederholen, da ist halt wie so ein Kaffeefilter vor, wo dann halt Sedimente, Dreck, Blätter und sowas rausgefiltert werden und dann wird das nochmal mit ultraviolettem Licht bestrahlt, damit Bakterien und Keime abgetötet werden und ansonsten ist es genau das Wasser aus dem Bach, was wir hier für die Produktion benutzen, womit auch unser Whisky verdünnt wird, wenn er denn verdünnt wird. Herr Berth, schön, dass ihr, aus welchen Gründen auch immer, Deutschland eine gute Menge zusprecht. Ja, wer schreibt, der bleibt. Nein, wie gesagt, das liegt bisher an dem Whiskymarkt. Solange andere schlafen, das wird nicht für immer so gehen. Ja, aber ansonsten, ich denke natürlich an die Genießer. Dominic K., Ogni und Spacehite sind die auch so, das war ein kleines Off-Topic-Thema. Man fragt ja, sind diese Fässer an der Brennerei jeweils gereift? Zu einem gewissen Teil sind sie irgendwo gereift und zu einem gewissen Teil bei Signatory. Ich denke mal, die wurden so ab 2016, 2017 teilweise bei Signatory, also hier halt hergeholt, wo man angefangen hat, die Dinger so abzufüllen. Aber einen großen Teil können wir halt nicht nachvollziehen. Bei Highland Park, ich war noch nicht auf Orkney, fehlt noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz die da haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da kaum was reift. Kann damit ganz böse falsch liegen, aber ich würde jetzt einfach mal tippen, dass die da jetzt nicht die riesen Warehäuser auf der Insel haben. Schwer zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wie gerade auch bei vielen anderen Inselbrennereien der Fall ist, dass da kaum was an der Brennerei reift. Spaceside, die Fässer kamen überwiegend von McHale, also aus dem Warehouse von McHale. Und da kam auch ein großer Teil Orkney her. Lasirius Detlinger. Ich kann meine eigene Sauglaue nicht lesen. Das sind zwei Fragen. Schade, dass ihr Sex auf einmal rausbringt. Die Frage oder den Kommentar, das habe ich öfters gelesen. Ja, sind viele Sammler dabei oder hätten gerne alle gehabt, aber Sex auf einmal sind dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, kann ich verstehen, aber wirklich, wenn ihr da eigentlich kriegt, es wird vermutlich, abgesehen von Blair Ethel jetzt zum Beispiel, das waren jetzt die letzten Fässer, also die letzten Fässer, als ich das immer sage, sie waren jetzt von diesem Distilled Date. Wir haben andere Blair Ethels, ich glaube auch von 2014, doch haben wir, die vom anderen Distilled Date sind. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt Finish oder Vollreifung sind. Das sehen wir dann als andere Fässer an. Das kann drei Wochen älter, jünger sein, was weiß ich. Ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall, denke ich mal, nicht mehr genug für ein Badge. 100 Proof, aber da kann es jetzt auch noch mal ein Single Casko oder irgendwas geben, aber Ben Nevis, Deutsche und Ben Nevis, Pete, das wird alles früher oder später nochmal wiederkommen. Es ist Trinkstoff, Leute, rennt dem Kram nicht hinterher, seid nicht traurig darüber, wenn ihr davon irgendeine nicht bekommt. Es wird sich wiederholen, es wird sich wiederholen und man braucht hinterher nicht drei Ben Nevis 2014 Unbeaty Cherry im Regal haben. Braucht man einfach nicht. Ich will da keinem dem Spaß am Sammeln nehmen. Ähm, ja, aber das ist meine Ansicht. Keine Ahnung. Ähm, zweite Frage, Lafroig 100 Proof wäre ein Knaller. Ja, wäre es. Wird nicht kommen. Ähm, nein, das ist natürlich 100 Proof zu den Preisen, da müssen wir natürlich gucken. Äh, ich hatte auch da teilweise Kommentare gelesen. Jaja, ist halt der Billig-Whiskey und so. Ja, das ist Whiskey, der nicht zwingend schlecht ist, den wir günstig eingekauft haben, womit man solche Sachen machen kann. Dass überhaupt schon ein Bunner Heaven, ein Islay Whiskey mit drin ist und dass wir da auch Curl Illa reinfüllen, das ist nicht selbstverständlich. Also, das ist teilweise, ist das kein billig oder günstig eingekaufter Whiskey und generell hat das ja nichts mit der Qualität zwingend zu tun. Ähm, so, aber Lafroig, die geben seit langer Zeit nichts mehr ab. Ja, Williamson sehen wir jetzt zum Beispiel. Ähm, das ist aber auch eine Preisfrage, wie man den jetzt einkauft. Ähm, das, ja, limitiert uns halt schon. Also, so viele unendlich Alternativen, was wir jetzt in Hannah Proof reinfüllen können, gibt es halt auch nicht mehr. Das klingt jetzt wieder so, als wären wir so gut wie am Ende. Natürlich gibt es noch sehr viele Alternativen, aber wir müssen halt gucken, wann und wie und wo. So, aber Lafroig ist eine der Brennereien, die da auf jeden Fall nicht drinnen landen wird. das, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Leon Porter, Perla, Perla soll es glaube ich heißen. Auch zwei Fragen. Second Phil Sherry, 12 year old seasoned, war die Frage, äh, war 12 Jahre Sherry drin, oder Whisky? Weil, ist ja, ist ja Second Phil. Nein, also wenn wir da, äh, den Zusatz haben, seasoned, 12 Jahre seasoned, dann ist Sherry da, 12 Jahre lang drin gewesen. Ähm, und die zweite Frage, die Hawksheads bei Carl Ila, da stand, war das First Phil oder Second Phil Sherry? Und dann plus Hawksheads, das waren Bourbon Hawksheads. Äh, Nils Snow, wenn ich sehe, wie viel beim, Fässer befüllen, teilweise überschwappt, in manchen Filmen oder so, bei manchen Dokus, bekomme ich Tränen in den Augen. Schreibt er, ja, äh, ich teilweise auch. Da kann man aber sehen, wie viel Wert dann, ja, es geht dann halt, bei vielen, eher um das Tempo. Und ich habe es auch gesehen, wenn ihr das befüllen, und das spritzt, da wirklich, Unmengen spritzen da raus. Es ist auch dazu zu sagen, äh, dass, wenn man die Fässer wirklich bis ganz oben hin, dass es schon rausläuft, befüllt, und an den Stopfen rauf macht, wenn die Fässer an einem Ort im Lagerhaus liegen, wo es wirklich heftige Temperaturunterschiede gibt, dann kann es auch mal sein, dass sich das zu sehr ausdehnt, und dass dir der Korken rausploppt. Äh, also der, der Stopfen, der, der Bang. Ähm, dass der dann abfällt. So, und, ne, wenn das jetzt nicht genau oben liegt, dann könnte es zu Problemen kommen. So, und generell soll das Fass natürlich auch dicht sein. Aber gut, anderes Thema kommen wir auch noch mal darauf zurück. Äh, so, können wir schon mal knicken hier. Ich hätte wirklich mal ein bisschen, bisschen deutlicher schreiben wollen. Michael Kumin, gibt es eigentlich ein Limit, wie viele Liter beim Abfüllen verschwinden dürfen, in Anführungszeichen. Ähm, das ist auf diese Losses in Production zurückzuführen, diese Frage. Da habe ich gesagt, okay, da hat man mal so und so viel, da kann man was überplören, da bleibt was am Filter zurück, und das Sample, und irgendeine Flasche wird nicht voll, bla, bla, bla. Ähm, und da ist jetzt halt die Frage, wie viel dürfen denn beim Abfüllen oder bei diesem Vorgang, wo man das Fass in die Flaschen abfüllt, wie viel darf denn maximal verschwinden? Dürfen ist dann dehnbarer Begriff. Ganz generell, wir hatten es auch schon bei uns, da hast du das Fass dann auf deinem Abfülldingens, so, das rollt dann mal zur falschen Seite, ist schon offen, und dann steht die ganze Halle unter, Whisky. So, und dann hast du natürlich eine Riesenleckage, und das ist dann so. Da kann ja auch keiner was machen, das ist halt menschliches Versagen, das passiert, ähm, und dann hast du den ganzen Whisky halt, ja, auf dem Hallenboden, und den füllst du dann natürlich auch nicht ab. So, das, dann versuchst du die, die Sauerei irgendwie zu beseitigen, mit Tüchern und Handtüchern und was weiß ich nicht alles, ähm, und das da rauszukriegen, aber, ja, das füllst du dann nicht mehr ab, und das sind dann deine Losses. Wenn du Pech hast, ist halt das Ganze fast leer. Stell dir vor, du packst das da irgendwo rauf, das rollt dann irgendwie, du gehst weg, so, und dann läuft das in aller Seelen Ruhe aus, während du Mittagspause machst, oder so, und dann kommst du zurück, oh, alles steht unter Wasser, oder unter Whisky. Ähm, das kann theoretisch passieren, das passiert auch, da gibt's kein, kein Gesetz gegen, weil es ist, es ist einfach nicht auszuschließen. Ähm, Zusatz zu der Frage war jetzt noch, hatte ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber es war noch so sinngemäß, ähm, ab wann, ab wann, wird HMRC, also Revenue and Customs, die Steuerbehörde, wann wird die denn aufmerksam, oder neugierig, dass der mal sagt, okay, das gucken wir uns mal an. Äh, generell, wenn das andauernd passiert, und wenn du andauernd, un, ja, unnormale, hohe Verluste, halt beim Abfüllen hast, dann werden die doch mal vorbeikommen, dann werden die auch fragen, dann kannst du auch deinen ganzen Zettel rausholen, äh, wo das Ganze alles festgehalten wurde, wie viel Losses und so, und dann werden die sagen, okay, also generell im Schnitt haben wir meinetwegen so und so viel Liter, ihr seid jetzt 50, 60, 80, 100 Prozent da drüber, immer, ähm, was passiert denn hier? und das, auch das kann verschiedene Gründe haben, äh, dass das Wetting-Behältnis, die, die Skala da nicht stimmt, oder was weiß ich, ähm, das werden die dann mit dir zusammen rausfinden, und du kannst beten, dass du irgendwelche Erklärungen dafür hast, ähm, oder dass halt irgendwas falsch misst, weil, solange du nicht, ja, offensichtlich betrügst, vorsätzlich, ist alles okay, die wollen ja keinem was Schlechtes, die wollen ja nicht, ähm, einem die Bude zwingend abschließen, so, solange sich das irgendwie nachvollziehen lässt, äh, dann ist das ja okay, gut, äh, Elendu, den Adra-Dauer, fragt Dominic Peach, was hat es damit auf sich? Ich sag jetzt nicht nochmal, dass es die letzten Holztuben waren, äh, Holzkisten waren, die wir gefunden haben, und wir damit irgendwas machen mussten, und es jetzt tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich die letzten sind, es sind eigentlich ganz offiziell wieder die absolut allerletzten, die wir gefunden haben, aber diesmal sage ich es nicht, ich hab's nämlich schon, glaube ich, jetzt zweimal gesagt, und wir haben immer wieder welche gefunden, wir werden sehen, wir werden sehen, nein, also wir haben die Dinger gefunden, und dann wollten wir halt, äh, haben wir uns irgendwas überlegt, okay, was können wir damit machen, okay, wir lassen das Ding nochmal auflegen, weil wir haben halt gesagt, es gibt kein Straight from the Cask mehr, ich hab hier im Video gesagt, es gibt keine Holzboxen mehr, aber das war nicht die offizielle Aussage, die offizielle Aussage war, es gab kein Straight from the Cask mehr, so, das wollten wir jetzt nicht mehr rückgängig machen, auch da gab es noch welche Intumen mit restlichen, mit wunderhübschen Label auf Holzkisten, werdet ihr vielleicht dann und wann sehen, ähm, ja, es sollen wieder die letzten gewesen sein, so, das ist, ich komm mir schon vor wie so eine, wie so eine alte Rockband, ja, die ihre 50. Abschlusstour macht, ja, wir kommen nur noch dieses Jahr, das ist die letzte Tour, kommt alle, äh, ne, wenn ihr uns noch einmal sehen wollt, und das, das machen die dann, äh, in zwei Jahresabständen, deswegen, ich sag jetzt, das waren nicht die letzten, Hoxhead Alex hat diverse Fragen, vier Stück, äh, erstens, haben österreichische Local Dealer auch 100 Proof bestellt? Also, noch weiter geschrieben, er hat die ersten und zweiten Batches jetzt nicht gesehen, offiziell macht, äh, Kirsch jetzt den Import für Signatori auch für Österreich, das ist aber alles nach meiner Zeit passiert, ich weiß nicht, wie da die Mechanismen sind, dass da was weitergeleitet wird, wie da was aufgeteilt wird, und, 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 stecke ich überhaupt nicht drinne, kann ich dir leider überhaupt nichts zu sagen, ob davon welche nach Österreich gegangen sind oder nicht, keine Ahnung, ähm, wird es immer ein Age Statement geben? Ja, es würde mich sehr, 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 sehr stark wundern, wenn es irgendwann kein Age Statement geben sollte, ähm, drittens, können Nichtschotten in die Serie kommen? Nein, wir haben keine nicht schottischen Fässer, und die Firma heißt ganz offiziell Signatori Vintage Scotch Whisky Company Limited, Scotch Whisky, das muss jetzt nicht zwingend eigentlich ausschließen, dass auf keinen Fall in ihrer abgefüllt werden darf, oder sonst irgendwas, ähm, wenn wir ein Yamazaki günstig angeboten bekommen, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, mutmaße ich jetzt mal, ähm, nein, aber, ja, wir haben keine Fässer, die nicht schottisch sind. Ah, Lejik oder Trubomori wären mal klasse. Ja, da sind wir eigentlich genau, das Beispiel, was wir vorhin mit Love Rock haben, wird nicht passieren. Leider. Gut, K01 Jahr Rock 18. Leider überall schnell vergriffen. Fear of Missing Out. Nur drei bekommen Ben Nevis leider nicht. Kann mich nur wiederholen von vorher, rennt den Dinger nicht hinterher und gebt da vor allem keine Haufen und Berge an Kohle in Auktionen oder bei Ebay oder bei sonst irgendwelchen. 90% davon wird irgendwann nochmal wiederkommen. Fertig. Es ist Trinkstoff. Es ist, man kann es sammeln. Wie gesagt, ich will niemandem die Freude am Sammeln nehmen oder den Spaß daran und hier Jäger und Sammlergefühl ein bisschen und so macht ja auch Spaß, kenne ich auch selber ein bisschen. Aber da jetzt Unsummen für auf den Tisch zu legen für irgendwelche 8, 9, 10 jährigen Dinger, die dann auch nochmal wiederkommen in ähnlicher, vergleichbarer oder sogar gleicher Form. Lasst es, lasst es sein. Das ist meine Empfehlung. Fragte Farmer, wie kann es, wie kam es, dass manche Flaschen handnummeriert waren? Ja, das kann immer mal vorkommen. Wenn wir Label bestellen, dann kommen die auf eine Rolle und wir sagen dann meistens, okay, in dem Fall jetzt mach uns Label Nummer 1 bis 4000 plus 30 spare zum Beispiel. Also dann plus 30 Ersatzlabel, die dann keine Nummer tragen und das machen wir aus dem Grund, wenn die Maschine mal frisst, die Label oder sich da irgendwas verknotet und ein paar Label zerrissen werden, beschädigt werden, dann haben wir immer noch 30, die keine Nummern tragen und dann können wir da die Nummer raufschreiben, die dann halt fehlt und die kommen dann stattdessen, statt der zerrissenen Label auf die Flasche oder irgendeins ist dreckig oder es ist, was weiß ich, eine Schramme drauf oder es ist ein Druckfehler bei einem. Es gibt ein paar Gründe und deswegen haben wir eigentlich immer irgendwelche Ersatzlabel, die wir dann, ja, händisch mit der Nummer versehen können und dann stattdessen benutzen können. No Face, verstehe den Hype nicht, Batch 1 aufgeladene Sherry Monster und generell nur Trinkstärke und Trinkstoff und sowas alles. Ja, also, ja gut, Batch 1 nur aufgeladene Sherry Monster, also ich würde jetzt den Blair Ersatzl eigentlich Sherry Monster nennen, die anderen jetzt eigentlich nicht. So, wie gesagt, war alles dabei, war sehr junges dabei, war was, ja, ja, haben wir alles gesehen, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Ja, verstehe den Hype nicht, ich denke mal, das wird auch abflachen. Also, wir haben jetzt auch schon gesagt, es ist nicht in unserem Interesse, dass das jetzt, ja, ein Ding nach dem anderen kommt, zwingend und immer neu, 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 neu. Bei den ersten, da haben wir euch auch, oder habe ich euch auch die Zahlen gesagt, was jetzt die Flaschenanzahl waren, das waren dann mal 2.800, 2.900. Der nächste Batch, den wir jetzt haben, die waren alle 4.000, 4.100, je nachdem. Die, die wir jetzt gerade abfüllen, da sind wir noch mal höher gegangen, auf 5.000. Also, wir wollen so viel, dass A, erstmal jeder Händler, Importeur, was auch immer, bekommt, was er bestellt und wenn es nach uns geht, soll auch ein bisschen was stehen bleiben. Aber wir wissen halt nicht, wie viele sind denn jetzt die richtige Menge und wir wissen auch nicht, nach dem ersten und zweiten Batch, war es jetzt die richtige Entscheidung, noch mehr zu machen. Weil irgendwann ist der Markt auch vermutlich mit solchen Sachen gesättigt und dann sagen wir, okay, wir hätten gerne noch 10.000 übrig gehabt, die dann, gerne noch 1.000 Flaschen von den einzelnen Dingern über, die dann halt, ja, noch ein bisschen länger verfügbar sind. Aber wenn wir dann auf einmal jetzt 3.000 stehen haben, das war dann auch nicht. Deswegen, man tastet sich da so langsam ran, wir müssen den Markt beobachten und, und, und. Aber ich denke auch, hoffe auch, dass das irgendwann entspannt ist und jeder kriegt, was er haben möchte. Ja, das wird irgendwann kommen und da, ja, Hype ist nicht notwendig. Also, wir freuen uns natürlich auch, wenn die Abfüllung, ich sag mal, Aufsehen erregen, wenn ein bisschen über Signatur geredet wird und, und, und. So, aber das passiert ja ohnehin. Aber das war ja auch genug. So, und das ist nicht in unserem, in unserem Sinne oder in unserem Interesse, dass jetzt wirklich, äh, ein Ding nach dem anderen kommt und da, wir da möglichst großes Tamtam irgendwie veranstalten wollen. Sonst hätten wir die alle immer bei 2.000, ähm, Flaschen belassen. Das hätten wir einfach machen können. So, aber ist natürlich auch Enttäuschung für unsere Kunden, für unsere Importeure und dann halt auch eine Enttäuschung für die jeweiligen Shops, die dann bei den Importeuren kaufen. Ähm, ähm, deswegen lieber ausreichend. Aber wir müssen uns langsam rantasten, wie viel ist denn ausreichend. Oft werden wir, wie beim Blaise, da haben wir auch nicht genug, um ausreichend zu machen. Ähm, aber wenn wir da jetzt, äh, irgendwann werden wir da auch wieder mal ein Cherry Monster reinfüllen, ja, was dann so die Farbe hat, weil die Kunden, dafür gibt's halt. Aber jetzt, erst mal kommen auch, äh, neue Small Batch. Sehr gute Small Batch. Ähm, das wird dann als nächstes kommen und danach, ja, kommt was Besonderes, was mit, äh, Hanna Proof zu tun hat. Gut, letzte Frage. CPT04TS. Frage. Bunneheven und Ben Nevis hatten die einen Zusatz Heavy-Lipited? Kaleela nicht. Was hat es da mit Aufsicht? Das haben wir einfach so gemacht, also er hat dann gefragt, ist der Kaleela jetzt nicht Heavy-Lipited oder wie auch immer, oder ist das mit Fassbenennung und, und, und. Ähm, wir haben das aus dem Grund gemacht, da Bunneheven, wenn wir jetzt einfach nur Bunneheven draufschreiben, dann ist nicht klar, ob es Pited oder Unpited ist. Die meisten würden es wahrscheinlich als Unpited erwarten, wenn kein Zusatz drauf ist, der sagt, okay, das ist hier Pited oder Heavy-Lipited oder was auch immer. Äh, deswegen haben wir da Heavy-Lipited mit draufgeschrieben. Beim Ben Nevis haben wir das getan, also auch die Fässer haben wir als Ben Nevis Heavy-Lipited eingekauft, aber auch da würden wir es nicht draufschreiben, würde der Kunde davon ausgehen, okay, der Ben Nevis ist ja eigentlich nicht rauchig, dann wird der ja auch nicht rauchig sein. und da der ein oder andere kein Rauch mag, wollen wir da nicht auf die falsche Fährte führen und dann, ja, beim Öffnen der Flasche kommt das böse Erwachen. Ja, das wollen wir vermeiden, deswegen schreiben wir es rauf. Bei Calila ist es eigentlich klar jedem, dass es zu 99% Pited sein wird und auch stark rauchig, deswegen hat man es da jetzt weggelassen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt war, kann mir jetzt vor wieder, ja, wird wohl wieder eine Dreiviertelstunde gewesen sein. Ja, ich wünsche ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.